Ist Dragon Ball The Breakers das schlechteste Dragon Ball Spiel aller Zeiten? Bevor wir diese Frage beantworten, lass uns erstmal die Dragon Ball Spiele der vergangenen Jahre anschauen. 2015 kam das Spiel Dragon Ball Xenoverse raus, ein Spiel wo du deinen eigenen Charakter erstellst und mit dem die ganzen Dragon Ball Arcs durchspielst. 2016 kam dann direkt der zweite Teil Xenoverse 2 mit dem selben Spielkonzept und erweiterten Funktionen. Ist übrigens auch eins der beliebtesten Dragon Ball Spiele aller Zeiten, es kommen sogar immer noch DLCs für dieses Spiel raus. 2018 kam dann das Spiel Dragon Ball Fighters, ein eher zweidimensionales Kampfspiel mit komplexem Gameplay, was sogar von Leuten gehypt wurde, die nicht so große Dragon Ball Fans sind. Schließlich kam dann 2020 das Spiel Dragon Ball Z Kakarot, ein Open World Dragon Ball Spiel, was auch ziemlich gut bei den Fans angekommen ist. Nun haben wir 2022, das heißt Zeit für ein neues Dragon Ball Spiel, Dragon Ball The Breakers. Das Spiel kostet zum Release etwa 30 Euro, also weniger als ein gewöhnliches Spiel. Das liegt aber auch unter anderem daran, dass es kein allzu großes Spiel ist und er weniger vielfältigen Content hat als Xenoverse oder Kakarot. Auch das Spielkonzept ist bei Dragon Ball The Breakers ganz anders als bei den regulären Dragon Ball Spielen. Es ist nämlich kein normales Kampfspiel, sondern ein Survival Game mit großer Ähnlichkeit zum Spiel Dead by Daylight. Das Spiel ist geprägt von einem 1 gegen 7 Konzept, ein Räuber gegen 7 Überlebende, die alle zeitgleich auf einer Map spawnen und gegeneinander antreten. Zum Start des Spiels gibt es 3 Räuber zur Verfügung, Freeza, Cell und Majin Buu, während die 7 Überlebenden einfach ganz normale Menschen sind, wie der legendäre Bauer, der bei der ersten Dragon Ball Z Folge gegen Raditz angetreten ist. Die Überlebenden müssen im Laufe des Spiels mit einer Zeitmaschine abhauen, um sich zu retten, während der Räuber dies verhindern muss. Klingt an sich erstmal sehr simpel, aber da steht auf jeden Fall viel mehr dahinter, wie dass man auf der Map nach Items sucht, die einem im Spielverlauf weiterhelfen. Die große Enttäuschung vieler Leute hierbei ist, dass es kein klassisches Dragon Ball Kampfspiel ist und das Spielkonsent einem sehr fremd vorkommt. Zudem wird die Grafik des Spiels sehr bemängelt, da diese nicht so hochwertig ist, wie gewöhnliche neu erscheinenden Spiele und eher PS3-Vibes gibt. Außerdem warten die Leute viel mehr auf Nachfolger von gehypten Titeln wie Dragon Ball Raging Blast oder Xenoverse. Ich persönlich kann die Kritik verstehen, jedoch bin ich der Meinung, dass es nicht schaden kann, etwas Abwechslung zu bekommen. Außerdem darf man nicht vergessen, dass es kein Vollpreisspiel ist, was zu Release 70 Euro kostet. So als kleine Überbrückung der Zeit, bis endlich irgendwie Dragon Ball Xenoverse 3 rauskommt oder so, ist das Spiel schon ganz in Ordnung. Auch wenn mir ein Standard Dragon Ball Spiel lieber gewesen wäre, finde ich das Spiel nicht schlecht und man kann trotzdem Spaß daran haben. Auch wenn ich nicht glaube, dass es lange überleben wird. Was ist eure Meinung zum Spiel? Würdet ihr sagen, dass es ein gutes Spiel ist oder folgt ihr der Meinung, dass es ein absoluter Flop ist? Und abonniert meinen Kanal für weiteren epischen Dragon Ball Content. Es lohnt sich.